hallo meine lieben willkommen zurück oder neu auf meinem kanal schön dass du wieder eingeschaltet hast zu einer gemeinsamen mietheim und wenn du wissen möchtest um was es heute geht dann schnapp den kaffee und keks wie auch immer und dann wünsche ich dir viel spaß bei dem video wir haben november und das heißt die monatliche verlosung steht an also wie gesagt die mini verlosung und ja ich habe heute meinen video drehtag deswegen kommen da optisch ein paar mehrere videos aber das ist ja völlig wurscht das spielt ja keine rolle wir machen das video auch kurz und knackig worum geht es denn also ich mache ja jeden monat verlosung ich mache natürlich auch hauls reviews unboxing und wie gesagt wenn du keine videos verpassen möchtest dann abo anklicken glocke anmachen und dann verpasst du keine videos mehr und wie gesagt jeden monat gibt es eine verlosung wir haben november das heißt drei produkte kriegst du und ja du musst abonnent meines kanals sein muss den da nach oben drücken bei diesem video einen lieben kommentar schreiben und den jeweiligen hashtag dazu produkt nummer eins was du in dieser verlosung gewinnen kannst und ich finde es sehr schön von revolution ich habe den revolution adventskalender geanboxt dieses schöne lipgloss das finde ich sehr schön die farbe gefällt mir richtig gut ich habe natürlich keine lipgloss im schrank deswegen geht es hier in eure verlosung produkt nummer zwei ist von der firma vibo das ist im endeffekt so ein set da ist ein ein lip liner und ein lipstick also ein flüssig lippenstift da jetzt mal dabei finde ich richtig schön die farbe gefällt mir richtig gut aber auch diese sachen habe ich und was im schrank und das letzte produkt das ist ja nicht unwesentlich und zwar diese schöne palette ich finde die sehr schön die war ja in der mystery back drin bei mir aber ich habe die natürlich schatz mit dieses schön mit samt kann man ja schön weiter verschenken es ist kein spiegel drin aber schaut doch mal die farben richtig schön ist jetzt für euch auf dem kopf das spielt jetzt aber keine rolle diese drei produkte könnt ihr gewinnen ich finde das eine schöne geschichte also palette lipgloss und diesen liquid lipstick finde ich sehr schön und ich würde mich freuen wenn ihr alle mitmacht dass wir auch in der abonnentenzahl ein bisschen wachsen damit macht ihr mich glücklich kostet nichts und ja ich wünsche euch einen wundervollen nachmittag das war es heute schon und bleibt gesund bis zum nächsten mal eure heike